und die hier könnten uns probleme machen und da haben wir das schlachthaus schlüssel okay und irgendwie sowas habe ich mir doch gedacht und ich habe keine ahnung was wir jetzt machen soll hier ist irgendwas möglich aha okay was gibt es hier ich übernehme das so hier hebel ja jetzt komm aber komm put 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 na das war wieder action pur hier so können wir jetzt dann nochmal hoch ich glaube da oben war eine kiste natürlich nicht schade da oben ist eine kiste ja eine die wir knacken könnten glaube ich zumindest aber wir mussten ja da okay eine kiste haben wir nicht aber wahrscheinlich wäre da auch bloß so eine tuning box oder was drin gewesen und jetzt haben wir hier so ein schlachthaus schlüssel mal gucken was wir mit dem anfangen können und wo uns das ganze natürlich hin bringt und wo uns das ganze natürlich hinbringt wird ja immer interessanter hier ja da kann man auch irgendwas machen oh da ist die leber die andere künstliche leber und irgendwie muss es da einen weg geben okay das glas hier kann man nicht zerschlagen aber irgendwie müssten wir da reinkommen so zum beispiel so wenn ich hier den hebel ziehe passiert hundertprozentig irgendwas nur ob das so gut für uns sein wird ist eine andere frage ich knack erstmal noch da hinten die kiste und hier haben wir wieder so eine moira kiste mit doppelten schloss so dann schauen wir mal okay so nein aber so langsam glaube ich habe ich hier eine technik gefunden wie das ganze funktionieren kann so dann hätten wir das alles dann würde ich sagen sind wir jetzt mutig und ziehen den hebel okay so langsam habe ich eine idee was wir machen müssen so jetzt haben wir das hier na nun was ist denn da ach so übers geländer hüpfen so und wenn wir dich jetzt zack und das hier wird gefüllt wir müssten mehr blut reintun nein ist die frau krank tja hat so ein bisschen was von sorg und stopp okay und das ding da müssen wir jetzt auch abschießen rein da und das müssen wir hundertprozentig machen bis keins mehr von diesen schweinehälften hier mehr da ist ich hoffe wir haben noch eine schweinehälfte ja da kommt eine so hängt jetzt richtig ja na jetzt aber so so die zombies kommen aber scheinbar noch nicht genug ja genau werde ich mal so hier schön in den rücken geschnetzelt und dich haben wir auch und da gibt es sogar noch kisten die ich ganz übersehen habe was sagt man dazu okay das heißt wir werden uns wieder hier irgendwie von irgendetwas trennen müssen oder wir übergeben einfach das hier so jetzt kann die zumindest das hier einsammeln schau mal das ist doch schön munitionssparend okay aber scheinbar da müssen wir noch mehr blut da rein machen aber eine schweinehälfte haben wir ja glaube ich noch so da kommt sie und dann ballern wir die auch mal noch runter so das müsste jetzt aber eigentlich reichen ja die zweite leber kannst du die noch mitnehmen natürlich auch nicht ihr stinkende chemikalie wegwerfen jetzt haben wir rechts und links ich bin doch schon dabei na jetzt geht es hier aber mächtig ab ich hoffe mal dass wir jetzt nicht überall kämpfen werden müssen ach du scheiße hier sind wir sogar noch falsch wie ging es denn hier raus das wäre jetzt natürlich sehr gut zu wissen wie man hier raus kommt war das hier nein von da sind wir gekommen und wo hier jetzt hier raus nein schon wieder falsch müssen wir eventuell zuerst das Viech wieder erledigen ich wüsste sonst nicht wo wir hier raus sollen na komm und dich hier ja die hat doch Pumps pass mal auf da bäh bäh ekelhaft nee nee keine Angst aber mach du das bitte auch nicht so da haben wir wieder unseren Liebling ihr frisst das na komm her so hier frisst das so da so da varek ok also darüber sind wir nicht raus gekommen wie sieht es denn hier jetzt aus mal ganz in ruhe aber hier war bloß dieser blöde Raum da ok das heißt das ist einfach der falsche Weg so hier ging es ja in die Schlachthalle so und wo geht es hier sonst noch raus da ist noch was und das sind auch Gegner so da oben haben wir wieder so einen spastischen Zucker zack ok ok da kommt wieder so ein etwas größerer na komm her Batsch der steckt einen ganzen Haufen wieder ein aber das war es glaube ich jawoll so mal kurz zur Claire gucken äh zur Moira die kann uns ja wieder was geben ok an das hier erinnere ich mich ok das hätten wir auch hier haben wir noch rotes Kraut das muss die Moira einsammeln da kommt wieder so ein Freund angerannt und kick und mit dem Messer ok und das war jetzt etwas unintelligent so so jetzt das sind überall so ekelhafte Viecher ok ich muss jetzt erstmal das hier mit dem da kombinieren hier habe ich mich jetzt einfach ein bisschen saudorf angestellt glaube ich kommen wir hier raus könnte sein ja ich glaube von da sind wir gekommen hier ist zum Glück wieder ruhig dann setzen wir dem guten hier die Leber ein und das hört sich nicht allzu gut an scheiß Statue und wir hatten einen Höllenspaß komm schon ja ein Höllenspaß das sind die Kisten die ich am liebsten habe die sind leicht zu knacken was haben wir hier eine P14 eine P14 hm ob die gut ist aber wir könnten es ja eigentlich nicht mal drauf ankommen lassen oder naja die hat 9 Schuss die da hat 14 dann nehme ich doch mal die mit 14 Schuss mit so das war eine mega spannende Zwischensequenz das russische Geplappere sagt mir nix das wüsste ich auch gerne das wüsste ich auch gerne ich bin mit euch durch ich bin mit euch durch ihr werdet aus dem Experiment entfernt scheiß auf das Experiment was haben sie mit mir gemacht das Schaffert der Götter hat seinen Dienst getan nun wird Prometheus Feuer alles verschlegen ich wusste das ist eine Falle Claire lauf okay ich wette ich muss hier ich wette ich muss hier aufdrehen so jetzt kann Claire da erstmal weiter was haben wir hier noch nettes Pistolenmoni so hier kommen wir hoch da haben wir wieder was zum kurbeln so wie kommen wir mit dir weiter wo ach nö ist jetzt nicht deine Ernst na komm her eins zwei drei vier fünf wo das war schon ging ja plott hier haben wir noch ein Kraut so dich hier hinstellen einmal hoch und nochmal hoch und dann haben wir hier wieder ein Rädchen zum drehen so dann haben wir hier natürlich wieder ein paar Gegner da haben wir auch noch einen Kollegen so ich nehme mich auch noch mit aber wo geht es dann hier weiter hier mal nicht von dem Rad da sind wir gekommen hier geht es ja bloß runter hier sieht es doch ganz gut aus da war irgendwas ach ja schau mal was macht Moira die Gute so ach das muss Claire machen alles klar das ist ja das ist ja das war ja jetzt gar nicht so schwer das war ja jetzt gar nicht so schwer komm verschwinden wir von hier komm Vielen Dank.